Sie hören, Reinhard Rohn, Jan Schiller ermittelt, Fall 1, Falsche Herzen, gelesen von Michael C. Koch, erschienen bei Aufbau Audio. Aufbau Audio ist eine Marke der Aufbau Verlage. Er hasste die Stadt. Er hasste den schmutzigen Regen, die engen Straßen. Er hasste sogar die Leutseligkeit der Menschen in dieser Stadt. Aber nirgendwo hatte er in letzter Zeit bessere Geschäfte gemacht. Vielleicht lag es auch nur am neuen Haus. Außer einer nagelneuen Küche, die er nicht brauchte, weil er überhaupt nicht kochen konnte, besaß er gerade mal ein großes französisches Bett mit eingebautem Radio, einen Glastisch, einen Laptop und ein Aquarium. Leider hatte Emma seine beiden Kois verhungern lassen. Ein paar hundert Euro zum Teufel. Aber das Aquarium war ohnehin zu klein für die beiden kostbaren Fische gewesen. Bei nächster Gelegenheit würde er sich neue Fische besorgen. Für den Anfang würden ein paar Guppis reichen. Er musste nicht sofort wieder den Neureichen spielen. Dabei kannte er sich mit Fischen aus. Gab es etwas Beruhigenderes als ein Aquarium? Besonders bei Regenwetter konnte er stundenlang vor einem beleuchteten Aquarium sitzen. Allerdings brauchte er Musik dazu und Zigaretten und etwas zu trinken. Er brauchte auch eine Putzfrau. Elke musste ihm gleich morgen, wenn er ins Büro kam, eine Putzfrau besorgen. Auch wenn er kaum Möbel hatte, war es wichtig, dass nirgendwo Staub lag. Und er mochte es, wenn es im Bad nach Desinfektionsmittel roch. In Utrecht hatte er mit seinen Eltern in einem Mietshaus direkt an einem Kanal gewohnt. Da hatte es besonders im Sommer immer fürchterlich gestunken. Und die Ratten waren sogar am helllichten Tag über die Straße gelaufen. Er wollte nie wieder arm sein. Dass es mit Emma auseinandergegangen war, bedauerte er nicht wirklich. 18 Monate waren eine verdammt lange Zeit. Außerdem hatte sie angefangen, von Kindern zu reden und auf sein Alter anzuspielen. Gut, er wurde nächstes Jahr 50. Aber was bewies das schon? Er hatte die Figur eines 30-Jährigen, keinen Gramm zu viel. Und geraucht hatte er schon mit 14. Trotzdem hätte er sie nicht schlagen müssen. Na, eigentlich war ihm nur kurz die Hand ausgerutscht. Nicht die feine Art, aber verzeihlich bei all dem Stress, den er hatte. Sie hatten sich immer schon ziemlich handfest gestirpen, selbst wenn sie in Hotels abgestiegen waren. In Berlin, als er für einen Fernsehpreis nominiert gewesen war, hatte Emma im Adlon einen ganzen Spiegelschrank zerlegt, weil sie eifersüchtig auf eine holländische Schauspielerin gewesen war, die er von früher gekannt hatte, mit der er nur einmal im Bett gewesen war. Zum Glück hatte der Sender den Schaden übernommen, damit das Ganze nicht an die große Glocke gehängt wurde. Der neue Exklusivvertrag als Produzent brachte ihm 6 Millionen für 4 Jahre. Nicht schlecht. Und Ersatz für Emma würde sich auch bald finden. Für zwei Showreihen hatte er schon das Konzept fertig. Bei der dritten würde er richtig über die Stränge schlagen. Torture würde alles in den Schatten stellen, was man bisher im deutschen Fernsehen gesehen hatte. Das würde einen Aufschrei bis in höchste politische Kreise geben. Die Kandidaten dieser Show würden weit über ihre Grenzen gehen und sich und andere quälen müssen. Der Gedanke allein gefiel ihm. Er war immer ein Provokateur gewesen. Schon am Anfang, als er noch bei einem kleinen holländischen Sender nachts am Mikrofon gesessen und sich mit Leuten unterhalten hatte. Da hatten meistens Gestörte angerufen, denen er die Hölle heiß gemacht hatte. Trost hatten sie jedenfalls nicht von ihm bekommen. Einen, der gedroht hatte, sich nach dem Telefonat aus dem Fenster zu stürzen, hatte er viel Spaß und einen guten Flug gewünscht. Man musste sich das nehmen, was das Leben einem gab. Das war immer sein Wahlspruch gewesen. Irgendwann lag man in einer Holzkiste und dann war Ende. Fini. Aus. Vorbei. Danach kam nichts mehr. Davon war er überzeugt. Aber bis dahin würde er alles mitnehmen, was sich ihm bot. Und diese Energie, mit der er an die Dinge ging, wirkte ansteckend und attraktiv. Besonders auf Frauen. Wie oft hatte er das schon bemerkt?